Hallo, hier live die Freiwilligen von der Logar. Sie umstellen und umbilden mich und stecken mir eine Schraube in den Kopf. Sie braucht mehr als nur eine. Jetzt hast du mich in den sozialen Netzwerken ruiniert. Wir sind dabei, den Park umzubauen, weil Baby Gedi und Oma Anab jetzt in diesem Haus schlafen werden, was Rivas altes Haus ist. Und hier wird Rivas schlafen. Und warum? Weil dieser Teil flacher ist und Riva fällt es jeden Tag schwerer zu laufen, sodass wir alle Aktivitäten eingestellt haben, um den Bereich der verwundbaren Tiere neu zu strukturieren. Es gibt immer Dinge zu bauen, aber wenn diese Notfälle oder neue Ideen aufkommen und Riva, der da hinten liegt, fällt es immer schwerer, weiter weg zu gehen. Machen wir diesen Park dann. Dieser Park hatte viele Hügel. Hier hat er seine Matratzen, die er im Haus hatte, weil wir auch die Klimaanlage wechseln. Und alles andere. Zum Glück sind Freiwillige gekommen, um uns beim Bau zu helfen. Oder besser gesagt, zum Bau des Parks. Anna, wir enden mit dem schönsten Gesicht.